Mh, ne. Nein? Ich weiß, dass es super krass sein soll, aber ich pack es momentan nicht, mich an so lange Animes rauszusetzen. Aber kennst du die Stimme von Ruffy? Ja. Guck mal. Hey Hugo, hier ist Monkey D. Ruffy, der zukünftige Köpfe der Piraten. Ich bin hier auf der Comic-Con in Erfurt mit Juli. Und ich hab grad gehört, dass deine Hochklasse... Tschüss. Okay, aber das ist saucool. Das ist übergeil. Das ist saucool. Mh, richtig geil, das ist ein Big-Big-Flex, Alter, Big-Flex. Hast du ganz geschaut, One Piece? Hä, ich bin aktuell fast, ja. Hast du auch in Naruto geguckt? Ja. Mh, wäre noch kalter, Alter. Sag mal durch.